Eine verbesserte Hitmap bietet den Nutzern der Atas Plattform mehr nützliche Funktionen bei der Arbeit mit den Indikatoren Scalping DOM und DOM Levels. Die Hitmap ist eine Möglichkeit, die Aktivität des Orderbuches im Chart über die Zeit darzustellen. Je heller die Farbe des Levels auf dem Preis ist, desto größer ist die Anzahl der Limit Orders, die auf diesem Level platziert wurden. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Chart der Bitcoin Futures von der Binance Futures Exchange. Dem Chart wurde ein Scalping DOM Indikator mit einer Hitmap hinzugefügt, die zeigt, dass wahrscheinlich ein großer Käufer auf dem Markt aktiv ist. Die Volumen sind durchweg auf den besten Beat Level, es wird verkauft, aber der Preis fällt nicht, wir können also davon ausgehen, dass der Käufer aggressiv ist und den Preis selbstbewusst nach oben treibt, um den lokalen Widerstand zu brechen. Dies ist eines von vielen Beispielen, die zeigen, wie eine Hitmap ein praktisches und nützliches Instrument sein kann, um die Aktionen eines größeren Händlers zu verfolgen und seine Absichten aufzudecken. Auf diese Weise können Sie eine Vorstellung davon bekommen, in welche Richtung sich der Preis bewegen wird. Das heißt, wenn Sie feststellen, dass ein großer Händler nach oben handelt, können Sie auf eine Longposition eingehen, die Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Gewinn bringt. Schauen wir uns die Einstellung der Hitmap am Beispiel des Scalping DOM Indikators an. Die meisten Farbschimmata sind für die Verwendung mit einem dunkleren Hintergrund konzipiert. Wärmere und hellere Farben bedeuten mehr Aktivität. Add-off passt das Clipping am oberen und unteren Rand der Hitmap an. Kontrast, eine Empfindlichkeitseinstellung zum Ausblenden geringerer Volumina. Smoothing, Einstellung für die Glättung. Wenn die Glättung ausgeschaltet ist, erstellt ATTAS für jeden Preis eine Hitmap. Wenn Glätten aktiviert ist, werden die Hitmaps zu einer einzigen zusammengeführt. Sie können das automatische Glätten aktivieren oder das Glätten manuell einstellen. Animationsspeed, Einstellung der Geschwindigkeit der Zustandsänderung der Hitmap. Logscale, Einstellung der Proportionalität der Ebenenzeichnung mit klassischer oder logarithmischer Skala. Verwenden Sie diese Einstellung, damit zum Beispiel blasse Ebenen nicht in den großen Volumen verloren gehen und Sie Ihre Augen nicht anstrengen müssen, um sie zu sehen. ATTAS lässt Ihnen auch bei der Navigation auf der Hitmap viele Freiheiten. Sie können sie mit der Maus nach oben unten, links rechts verschieben. Und um schnell zum rechten Rand der Hitmap zurückzukehren, klicken Sie auf diese Taste. Auch ein schnelles Rücksetzen ist mit einem Doppelklick möglich. Wir hoffen, dass dieses Video nützlich war und dass Sie motiviert sind, die Vorteile der Hitmap zu nutzen. Laden Sie die Plattform kostenlos auf ATTAS.net herunter. Liken Sie es, teilen Sie das Video und vielen Dank fürs Anschauen.